Ich bin Stefan Lehmann, Geschäftsführer der Lehmanns Gastronomie in Bonn und in unserem Unternehmen für den kaufhändischen Bereich zuständig. Wir sind ein Spezialist für Kinder- und Schulverpflegung. Unsere Kunden schätzen an uns die konstant gute Qualität. Außerdem haben wir unglaublich hohe Hygienestandards und um diese beiden Bereiche kümmert sich mein Vater. Ich bin Günter Lehmann, Geschäftsführer der Lehmanns Gastronomie in Bonn, Foodchef. Meine Aufgaben sind es, den Einkauf, Profitreffen für Schulverpflegung, Manifaktur, Cock & Chill und meine Einkaufsgemeinschaft. Die Erfa hat in meinem Leben mir viele Türen geöffnet und freue mich heute schon auf die weiteren guten Gespräche in der Erfa. Unsere Werte und unsere Qualität können sich unsere Kunden live im Internet anschauen, bei der weltweit einzigen Online-Großküche. Wir lieben und schätzen den Umgang mit Kollegen und das Netzwerken und haben aus diesem Grunde ein eigenes Netzwerk Profitreffen Schulverpflegung gegründet und sind in der Erfa aktiv. Wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Schulverpflegung oder wir in unserer Manufaktur Produkte für Sie herstellen dürfen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.